Eine neue Kofferraummatte muss her für ein Tesla Model Y. Das Ganze wird hier in dieser wunderschönen Verpackung geliefert. Ich gehe mal davon stark aus, dass die Dillen nicht vorher drin waren und entsprechend der Versender daran schuld ist und nicht die Firma. Das hoffe ich zumindest. Und wenn ich hier das hübsche Stück jetzt einmal aufgemacht habe, tja, was sehen wir da? Ja, eine Kofferraummatte sozusagen. Das ist gerade mal so reingesteckt. Ansonsten ist da keinerlei Schutz drin oder irgendwas, sondern gerade einfach mal so in die nächste Packung reingesteckt, wo es so ungefähr passen könnte. Und ab geht's in die Post sozusagen. Tja, das bekommt man eben für sein Geld. Aber fangen wir erst einmal damit an, wie denn die Kofferraumfußmatte überhaupt aussieht und wie gut die Qualität ist überhaupt. Und nicht wundern, das hier ist jetzt kein Tesla Model Y, sondern ein VW Passat GTE. Das Model Y kommt ein bisschen später dran im Video. Tja, wie man hier sehen kann, würde theoretisch fast sogar die Kofferraummatte auch in ein Passat GTE passen. Ja, ist eigentlich auch fast derselbe Kofferraum. Nur, dass natürlich das Model Y rechts und links ein bisschen mehr Platz hat und natürlich einen zweiten Kofferraum unten drunter hat, der viel, viel größer ist. Auf dem Bild konnte man das vielleicht schon ein bisschen erahnen. Ja, das Ding hier ist ein bisschen, naja, labbrig und sehr, sehr dünn. Also hier ist wirklich nicht allzu viel Kunststoff verwendet worden. Meine Original VW Matte ist übrigens ein bisschen dicker, aber das bisschen dicker, ja, macht doch gleich von der Qualität viel mehr her. Ja, tja, das Ding hier ist wirklich entsprechend jetzt nicht so, sag ich mal so, dick und so weiter. Dafür ist es auch sehr leicht. Und wie sieht das Ganze dann, wenn man mal das ausgebreitet hat, das gute Stück, das sieht dann entsprechend so aus. Ja, ein Kofferraum, ja, Matte, was sollte man auch anders erwarten. Und jetzt lege ich das Ganze mal in ein Model Y. Ja, und es passt auch in ein Model Y rein, würde ich sagen. Auch wenn es fast sozusagen im Passat besser ausgesehen hat. Ja, vorne wirkt es, steht es ein bisschen raus. Ist das normal? Das bin ich ja auch nicht so sicher. Auf jeden Fall hinten liegt es sozusagen an. Ja, Passgenauigkeit ist so okay, würde ich sagen. Naja, wer günstig kauft, kauft halt eben manchmal doppelt. Aber wie gesagt, eigentlich bin ich zufrieden. Das Ding hat gerade mal 60 Euro gekostet und wir das einmal seinen Dienst verrichten. Daher, vielen Dank fürs Zusehen und auf Wiedersehen.